Die Prühe Direkt oder jetzt? Direkt oder jetzt? Ja, ja! Grüß Tor war gut Geh vorbei! Zieh ab! Boah! Boah! Bringen! Oh! Nein! Boah! 15 Meter gegen den Pfosten im Gegenrucke Boah! Ah! Eieieieiei! Oh! 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 Der hat auch da hin und rot. Der Gottfalle Kälten, der rot. Ja, das ist sicherlich. Das hat er gut gemacht. Komm, neuner! Komm, zieh ihn damit! Ja, bitte so. Ja. Ja, stopp. Was machen wir jetzt? Ja, oh ja! Er ist abgerutscht. 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 Ronaldo! Es gibt doch wirklich noch. Ich bin. Er hat sich ein Tor noch gemacht. Er ist abgerutscht. Er hat sich. Vielen Dank.